Ich bin Hanna Dübkin und Schriftstellerin. Niemand ist unwichtig. Jeder ist gefragt, wenn es darum geht, für die Demokratie einzutreten. Wir Bürgerinnen der Europäischen Union haben die Wahl. Wir können uns frei entscheiden, welche Kräfte wir mit unserer Stimme stärken wollen. Katharina Barley setzt sich seit vielen Jahren im EU-Parlament für Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte von uns allen ein. Und sie kämpft lautstark gegen die, die Demokratie abbauen und autoritäre Regime errichten wollen. Und sie weiß ganz genau, wie so etwas oft losgeht, was in autoritären Systemen häufig zuerst attackiert wird. Die Rechte von Minderheiten und Frauen, die Kultur und Pressefreiheit. Mit Katharina Barley haben wir im EU-Parlament eine integre und kluge Frau, die auch in Zukunft alles dafür tun wird, damit Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit, Solidarität und die Grundrechte von uns allen fundamentale Säulen unserer Staatengemeinschaft bleiben. Jedes Ideal ist so real wie die Menschen, die es leben. Für Katharina Barley und eine lebendige Demokratie in Europa.